Marlin, Mosa, zweimal, Niedegger, Büschel, Renz. Und dieser Zug, mit dem wir fahren, das ist ein spezieller Zug. Mit diesem Zug fahren die Mitarbeitern des Atomkraftwerkes hin und zurück. Sind Sie mit diesem Programm einverstanden? Wenn Sie nicht einverstanden sind, besteht keine andere Möglichkeit. Wir bringen gar keine Hilfe. Was machen wir da? Go home and tell everybody, tell the world what's going on here. Wenn man in dieser Stadt lebt, dann ist man entweder Arzt oder Atomphysiker. Ich sage Ihnen, ich bin kein Pessimist, aber ich glaube nicht, dass ich eine echte Stimme zu helfen kann. Man geht in ein Katastrophengebiet, es tut viel Leid und man denkt nur an sich. Wir haben einen Badun. Das ist ganz schön. Ich sage Ihnen, ich bin kein Tastrophengebiet, es tut viel Leid und man denkt nur an sich. Vielen Dank.